Heute möchte ich euch den Hoki Miro-Boter vorstellen und euch zwölf Vorteile aufzeigen, die dieses Gerät so besonders machen. Der Hoki Miumo es nutzt einen fortschrittlichen Algorithmus, um den effizientesten Mähweg basierend auf der Rasentopografie zu berechnen. Dadurch spart er Zeit und liefert ein exzellentes Mähergebnis. Die App-Steuerung bietet vier verschiedene Modi, darunter der Kreuzmähmodus, täglicher Wartungsmodus, benutzerdefinierter Modus und Mähplaneinstellungen. So passt sich der Miro-Boter flexibel an eure individuellen Bedürfnisse an. In puncto Hindernisvermeidung erkennt der Hoki Miro-Boter Objekte durch leichten Kontakt und ändert dann die Mährichtung. Er meistert selbst enge Passagen und ist unbeeindruckt von kleineren Bodenwellen und Hindernissen. Achtet bei der Installation des Begrenzungstrats darauf, dass er straff gespannt ist und keine Überkreuzungen vorhanden sind, da dies das Signal beeinträchtigen könnte. Die einfache Installation, Bedienung und App-Steuerung machen die Handhabung des Hoki Miro-Boters zum Kinderspiel. Zudem punktet das Gerät mit einer langen Batterielebensdauer und der Anpassungsfähigkeit an verschiedene Rasenbedingungen. Die Reinigung ist ebenfalls unkompliziert, einfach mit einem Wasserschlauch abspritzen. Ein besonderes Highlight ist die extrem niedrige Lautstärke des Miro-Boters, wodurch er auch sonntags genutzt werden kann, ohne die Nachbarn zu stören.